Das ist komisch. 93, oder? Ja, sollten es sein, aber es sind nur 92. Los geht's! Ja, ja, komm! Du hast deine 15-Jährige vergewaltigt! Was soll das? Du hast sie missbraucht! Ihr beide geht mir aus dem Weg. Alles, was du tust, nehmen wir mit uns! Wir vergessen es nicht! Ihr hättet es einfach laufen lassen sollen. Du hättest zu mir halt müssen, Kyle! Wieso geschieht das noch mit uns? Bis heute Morgen. Bis heute Morgen.